Das Fruchtfleisch einer Kokosnuss enthält 36,5 Gramm Fett pro 100 Gramm. Davon viele gesunde Fettsäure, die direkt vom Darm ins Blut gelangen. Außerdem besitzt Kokos viele Mineralstoffe, insbesondere Magnesium, Eisen, Natrium und Sälen. Dies ist die perfekte Kokosnuss mit sehr viel Kokoswasser drin. Richtig sehr lecker, lecker, lecker. Der hohe Ballaststoffanteil einer Kokosnuss wirkt sich auf dem Darm äußerst vorteilhaft aus. Denn die Ballaststoffe gleichen die Darmflora aus und fördern eine gesunde Verdauung. So bleibt der Magen-Darm-Trakt fit und Verstopfung wird vorgebeugt. So sieht eine perfekte Kokosnuss aus, wenn die ausgereift ist. So bleibt der Magen-Darm-Trakt. So bleibt der Magen-Darm-Trakt. So bleibt der Magen-Darm-Trakt. Das kann ich nur weiterempfehlen. Schmeckt sehr gut. Hier werden die Kokosnüsse vorbereitet. Oben werden sie dann reingelegt und werden dann geschreddert. Und unten wird dann später die Milch rausgedrückt. Das ist der Hatsby. hier sieht man hier wird die kokosnuss vorbereitet für die entsaftung und dann kommt später auch die Milch da unten raus und dann kommt später auf die Milch da unten und dann kommt die Milch da unten Mit dieser Maschine wird die Kokosmaske entsaftet und dann kommt die Milch raus. Und dann kommt die Milch raus und dann kommt die Milch raus. Ich bin nur ein Prozess. Ich habe die Ecke brauchen. Die Ecke brauchen für die Ecke. Sie können auch nichts mehr hier im Großen machen. Sie können auch alles genauso machen. Ich habe die Ecke daug. Ich habe die Ecke genommen, aber sie sollten etwas anders machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.